Moin moin Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Wir sind hier in Teil 2 von der GTA-Lehnen-Austraub-Challenge, wie man es auch nennen mag. Und ja, mit dabei ist wieder der Games-Herr-Gott. Was geht? Moin moin moin. Freut mich sehr, dass ich auch am Start sein darf. Und heute haben wir was richtig Heftiges vor. Oh ja. Und ich würde sagen, los geht's direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Okay, magst du mit oder ohne ASMR? Ohne Digga, ohne. Ich habe keine Kopfhörer auf, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du mit ASMR einfach möchtest. Dann machen wir das natürlich auch für dich, gar kein Problem. Ey, was machst du? Nee Digga, willst du ASMR machen oder was? Ja. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Junge. Bist du tot? Ja, wieso bist du tot? Weil du mich Elektro geschockt hast? Digga, das war ein... das war... Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ja, das, meine Freunde, war das tägliche Aschen. Du hast ja mehr, was ich hinter Gott immer geben muss, wenn ich mein Getränk einschütte. Warte, warte. Komm mal ein bisschen näher, komm. Nee, nee, du ballerst mich hier jetzt nicht weg. Nein, mach ich auch nicht, aber... Du weißt schon, dass ich nicht wegen deinem Boost umgefallen bin, sondern weil ich mich umgefahren hast, ne? Achso, warte, ich hab zugeschlossen. Was? Okay, okay, okay. Stecker. Jo. Rein in die Jute Stube. Okay. Gut. Warum kann ich da nicht durchlaufen? Hallo? Fuck. Ich komm da nicht durch. Lol, hä? Ah, jetzt. Okay. Ich komm wieder raus hier. Was? Okay. Den ersten Wagen haben wir. Hey, guck mal, da ist so ein... da ist einfach ein Polizeiauto, was eine andere Farbe hat. Hä? Hey, lol. Hä? Den hab ich noch nie gesehen. Oh moin. Würdest du geradeaus weiterfahren, wären da schon direkt zwei andere gehen, aber wie du möchtest, ne? Oh shit, Junge. Oh, das war jetzt nicht so geplant, aber egal. Ja, ich glaub auch. Ey, äh, okay, abwarten, du bist ja auch mal. Oh, oh, ey, ey, schnell, 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 schnell. Ey, das dauert grad, nein! Oh mein Gott, haha, ey, Digga, was ist das? Was ist das? Was ist das? Äh, okay. Ich wär wieder übrigens am Strand von, äh, von eben. Ach man, Digga, ich bin auch gleich tot. Äh, 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 Digga, kein Geil. Äh, äh, erst mal falscher Eingang. Oh mein Gott. Hey, ich komm raus, ich komm raus, Digga. Digga, es ist bei dir, Polizisten hier los. Okay, komm. Komm rein, komm rein. Ah, ich feier diesen Boost, Junge. Okay. Ja, ja, der Boost ist schon heftig, stimmt. Ey, warte mal, eins müssen wir jetzt mal mit dem Polizeiaudio machen. Warte. Obwohl der hier kommt perfekt angefahren. Warmer mit dir. Hey, Digga, also wirklich. Okay, markier mal, ähm, noch einen anderen Store. Jo, ist markiert. Okay. Digga, also wirklich. Tja, wir sind nur am Fliegen, obwohl das ein Auto ist. Ja, 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 meine ich auch, das haben halt special features. Okay. Okay, Freunde, wir gönnen uns das jetzt alles hier. Okay, okay, und schnell raus, schnell raus, schnell raus. Bist du fertig? Ja, 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 ich komm, ich komm, ich komm. Digga, wie schnell bist du? Kannst du halt. Gut, okay, ich such mal hier den nächsten da an. Hier hat's noch einen, ähm, ist ein bisschen weiter weg, aber schaffen wir schon. Ja. Oh, der vorne ist ein Spieler. Warte mal. Kriegen wir den? Warte kurz, warte kurz. Hab ich den? Nope. Er ist ein Zweispieler. Was? Oh mein Gott, was? Digga, ich war auch richtig ehrenlos unterwegs und hab ihn einfach umgebracht. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch, Mann. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ja, ich krieg grad so... Ich mach grad so... Ich mach grad so... Ich mach so übelst'n Stress, Mann. Der ist ein leeres... Der ist ein leeres Polizautos. Soll ich mir das gönnen? Ah! Ich will hier jemanden nehmen! Oh mein Gott, ich kann nicht so viel sehen! Oh mein Gott, ich kann ja einfach Sirene anrufen können. Wirklich, abro kacko. Keine Ahnung, wie du heißt es. Wirklich. Ich bin nicht offen. Wirklich. Ey. Ey. Ja, wo bist du? Ey, ich bin so am Arsch. Da. Ich komm zu dir. Dig, ja, ja, hol mich mal ab, aber ich kann mich nicht bringen. Oh mein Gott, ey. Zu wild hier mal wieder GTA 5. Ey! Oh. Lebst du noch? Definitiv nein. Nein, ich lebe nicht mehr. Oh. Digga, du hast mir lieber... Weil mich jemand gesniped hat, Digga. Okay, komm. Ich fahr zu dir. Ja. Ey, warte. Den Gym muss ich leider umbringen. Steck ein. Ah, warte. Fahr, 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 fahr. Okay, fahr einfach weg. Einfach weg, Mann. Sonst kommen die alle. Ja, ja, ja. Ich fahr, Junge. Oh mein Gott. Ach, Digga, er hat mich bekommen. Fuck, Mann. Junge. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die kriegen mich so hart. Scheiße, ich hab kein Leben mehr, Junge. Was? Ey, du Genese. Wirklich. Oh mein Gott. Hier liegt grad so'n riesen Haufen, Junge. So'n riesen Haufen? Was meint ihr da? Oh mein Gott. Ich bin tot. Hol mich mal am besten ab. Jo. Ich bin bei dir. Oder war bei dir. Ja, mach einfach mein Auto und fahr dann zu mir, okay? Jo. Okay, warte mal. Ich muss erstmal machen, dass du fahren kannst. Warte. Fahrzeug. Ähm. Jetzt, jetzt kannst du fahren. Digga, wo's? Nein. Okay, 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 okay. Digga, hallo. Ach so, okay. Und ich steig ein, was machst du? Okay, fahr, 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 fahr. Einfach E drück den Scheiß auf Abwag. Und fahr zu dem Typ nach rechts. Ja, okay, fahr grad weiter, 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 weiter. Einfach fahren, einfach fahren, Digga. Einfach fahren, Digga. Einfach weg. Ich hab hier ein Trauma. Oh mein Gott. Was hörst du? Oh mein Gott. Ey, was machst du denn? Warte. Okay, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, alles ist gut. Ich hab hier alles in den Griff. Ja, ja. Warte, warte, warte. Oh, scheiße, da vorne ist einer, da vorne ist einer. Ja, scheiß auf Fahrrad. Ja, das schaffen wir. Drück, 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 drück. Ja, Mann, ja, Mann, perfekt. Okay, die auf Fahrrad, Junge. Oh mein Gott. Was machst du? Ich bin zu los, du, das Auto, Junge. Ey, scheiße, ich bin ausgestiegen. Oh mein Gott, komm schnell. Ja, ja, wo bist du? Hier. Ja. Okay, okay, gibst du, gibst du, gibst du. Okay, okay, gibst du, gibst du, gibst du. Ich glaub, einer. So, so, so. Die kommen alle hinterher. Fahr ins Casino, fahr ins Casino, so schnell wie möglich, okay? Fahr in das Casino, okay? Ja, markier, ich weiß nicht wo. Oh mein Gott, scheiße. Fahr geradeaus, fahr geradeaus, fahr geradeaus, geradeaus, geradeaus. Digga, das ist nicht geradeaus. Achso. Da, links, 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 und jetzt geradeaus. Ja, ich weiß, das ist gut. Okay, jetzt drück eh so schnell wie es geht. Drück die ganze Zeit eh so. Aber Digga, die wollen uns alle umbringen, Mann. Oh mein Gott, Digga, du fährst so. Digga, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Oh, zum Glück, ey. Oh mein Gott, Digga, du fährst so. Digga, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Jetzt go, Digga, gönn das Auto einfach, gönn. Nee, ich hoffe, du bekommst ein T-Shirt. Fürs Video, Junge, fürs Video. Ich hoffe, du bekommst ein T-Shirt. Nein, Junge, fürs Video Auto. Okay. Ich seh es vom Weinen. Oh, fuck, Junge. Ja, okay, aber Digga, 20k ist auch ganz nice. Ey, Digga, jetzt komm, jetzt gönn das Auto. Junge, wenn ich jetzt das Auto bekomme, dann Demütigung. Ich meine, ich habe das Auto eh schon, als das nicht so schlimm war. Ja, okay, okay, good, 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 good. Was macht er? Na, oh, obwohl, nee, oh. Oh, okay, 20.000, 20.000. Ja, okay, ich auch, okay. So, okay, Freundin, dann würde ich sagen, hier mit der Diamantflasche natürlich beenden wir den zweiten Teil hier. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, dann trinkt gerne mit oder so ähnlich. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, seid mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert mich gerne, aktiviert die Glocke. Und dann, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschau. Tschau. Digga, hast du die Flasche zum Explodieren gebracht? Ah, ich hab's nun willkommen. Ah, ich hab's auch. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist. So wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich hab's auch. 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 Ich hab's auch.